Ein Park, eindeutig zu viele gestört. Coaster World, DupinTV, HuiaTV, FixerD, Zocker1998 und CoastRix. Der möchte auch dabei sein, darf aber nicht. Und zusammen geben sie sich auf eine Reise in eine Welt, in der es mehr Pokémon als Drachen gibt. Wo die Klugen zu dumm sind, eine Achterbahnstörungsfall zu bauen. Wo es mehr Hype als Wurstsalad gibt. Am 27. August entdecken wir diese Welt. Und ihr könnt dabei sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020